Der Skin Verstohlen von Alice aus Call of Duty Modern Warfare in Ghost Recon Breakpoint in unter 60 Sekunden. Los geht's! Handschuhe Oakley SI Lightweight in schwarz. Hosen Hose 511 Apex in schwarz. Navy Stiefel ohne besondere Farbe. Headset TCI Patrol 2 in schwarz. G3 Einsatzhemd ohne besondere Farbe. Tarnsturmhaube in schwarz. Sturmsoldat. Abonniere meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat, denn ich lade jeden Montag einen solchen Outfit Guide hoch. Bis zum nächsten Mal mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.